Willkommen zurück, liebe Freunde von Crusader Kings 3. Und es ist ein tolles Spiel, aber heute beschäftigen wir uns mit einer schlechten Ressource, nämlich Legitimität, die mich immer wieder zu Vice Group treibt. Diese Ressource ist neu hinzugekommen mit Legends of the Dead, dem Patch dazu, und maltretiert seitdem die Spieler von nah und fern. Doch wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, wie man mit der Ressource doch noch umgehen kann, um das Ganze in etwas Positives zu verwandeln, auch sogar Boni davon mitzunehmen und nicht jedes Mal auf der nächsten Legitimitätsstufe zu verweilen. Solltet ihr zu anderen Themen von Crusader Kings 3 Hilfe brauchen, schaut gerne mal bei meinem Kanal vorbei. Da findet ihr was zum Militär, zu Kultur, Mischkulturen und vielem anderen. Oder kommt bei Twitch vorbei und quetscht mich gerne aus. Aber springen wir direkt mal ins Video. Und wir fangen natürlich mit den Basics an. Was ist eigentlich Legitimität und wo finden wir den Kram? Den Kram finden wir auf einem gigantisch großen Symbol auf diesem Bildschirm, hier unten links. Da sehen wir eine Legitimitätsstufe. Wir haben verschiedene Stufen, die erreicht werden können. Und wir sehen jetzt zum Beispiel bei unserer Dauradame hier, dass wir ein rechtmäßiger Herrscher, bzw. eine Herrscherin sind. Und wir haben vier verschiedene Stufen, oder fünf verschiedene Stufen, die erreicht werden können. Und man hat immer eine gewisse Erwartung an seinen Herrscher, die erfüllt werden muss. Doch was sind das denn für Punkte? Wir sehen hier, Legitimität befindet sich jetzt bei 272 von maximal 700. Letzte Stufe der Legitimität, wenn wir mit 600 Legitimität erreichen. Gehen wir mal die einzigen Stufen durch, damit wir schon mal wissen, was uns eigentlich erwartet und was das Ganze in meinen Augen schon sehr brutal macht, wenn man nicht sehr gut diese Ressource managt. Das habe ich zum Beispiel erfahren, ich habe mir die Ressource gar nicht angeguckt und bin dann einfach reingestiegen und habe gemerkt, hups, Moment mal, irgendwas läuft hier nicht so gut. Was sehen wir daran, wenn wir jetzt auf Illegitimen gehen? Da haben wir nur Legitimität, das ist also wirklich das Schlimmste, was es gibt. Da kriegen wir erstmal weniger Bekanntein, was natürlich sehr schlimm ist, da unsere Dynastietrees, also unsere Vermächtnisse, davon abhängig sind. Kurze Herrschaft wird nochmal verlängert. Wir wissen alle, wenn unser Herrscher stirbt und das Kind an die Macht kommt und dann eine kurze Herrschaftsmalus hat bei unseren Vasallen, ist das immer brutal. Volksmeinungen, also Aufstände können auch höher werden, geht nämlich auch um minus 10 herunter. Und jetzt kommen die großen, finde ich, die noch schlimmer sind. Die Kosten für den Anspruch, Kriegsgrund erhöht. Verringerte Bündnisakzeptanz, IGIT. Verringerte Vasilisierungsakzeptanz, kann man vielleicht damit leben. Größere Anspruchstellerfraktionen, das ist nicht so schön. Und verringerte Heiratsakzeptanz, was eben mit dem Bündnis zusammen kombiniert ist, auch extrem schrecklich ist. Und so geht das in der ersten Stufe bei Aufstreben weiter. Da haben wir aber jetzt keinen Malus mehr, zum Glück. Wir haben dann eine kurze Herrschaftsdauer von minus 10. Wir brauchen aber auch schon 60 Legitimität. Das Ganze geht auf Stufe 2 dann weiter. Die kurze Herrschaftsdauer wird geringer. Und wir haben leicht verringerte Kosten für Anspruchskriegsgründe. Und wir haben eine leicht erhöhte Achherratsakzeptanz, was schon mal ganz nett ist. Man sollte sich also auf jeden Fall versuchen, diese Null hier zu vermeiden und schon mal in diesen Bereichen zu kommen. Ab 3 wird das Ganze wesentlich spannender. Wir kriegen nämlich noch weniger kurze Herrschaftsdauer. Wir kriegen auch sogar Volksmeinungen dazu. Und all die Sachen, die wir eben negativ hatten, werden jetzt tatsächlich wieder positiv. Bloß, dass die Waagschalen der Macht zum Beispiel weniger kosten. Also die zu manipulieren kostet weniger. Und was ganz wichtig ist und was man tatsächlich von dieser Ressource absolut super mitnehmen kann. Man kann weniger die Jure-Grafschaften nötig haben, um Titel zu erstellen. Das kann sich sehr stark bei zum Beispiel Königreichen oder Großreichen auswirken, weil man da ja auch schon mal 100 Titel braucht. Bei der vierten Stufe kriegen wir sogar Bekanntheit dazu. Wir sind wahrhaftig. Haben eine kurze Herrschaftsmodifikation, die noch besser ist. Noch mehr Meinung und alles andere, was wir eben schon hatten, noch besser. Was schon sehr, sehr stark sein kann. Man muss aber auch sehr viel arbeiten. Nicht auf Grafniveau, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Aber je höher man kommt, desto mehr muss man auch dafür arbeiten. Bei der fünf Stufe geht das Ganze natürlich weiter. Ihr seht schon, es wird immer besser und immer cooler. Wir haben auch kleine Anspruchstellerfunktionen. Wir haben extrem bessere Akzeptanz von Bündnisten und so weiter, was eben extrem stark sein kann. Und jetzt höre ich euch berechtigterweise rufen. Ja, Omni, was ist jetzt dein verfluchtes Problem? Bist du einfach ein Kack nur? Warum findest du das so schlimm? Ja, das Problem ist, diese Dinger zu halten. Und vor allem das Problem ist, was darf man nicht tun, um diese Legitimität zu verlieren? Und, das kommt schon als erster Hinweis dazu, diese Legitimität von 700 steigt mit jedem Rang. Ein Herzog wird nämlich schon mal mehr brauchen. Er hat nämlich einen Kapp von 1000 Legitimitäten, einen König von 1400 Legitimitäten und einen Kaiser von 1700 Legitimitäten. Dementsprechend verändern sich auch die benötigte Legitimität pro Stufe deutlich, je höher euer Titel ist. Und damit nicht genug. Gehen wir doch einfach mal hier in diesen Kaiser rein. Denn das ist nicht so, dass ihr dann diese guten, tollen Sachen bekommt, wie wir beim Graf gesehen haben. Sind wir ein Kaiser, aber auch schon König und so weiter, werden die ganzen Stufen schlechter. Und ihr müsst mehr darum kämpfen, überhaupt auf neutrale Punkte zu kommen. Hey, Omni aus der Zukunft hier. Ich habe noch was vergessen. Warum erhöht sich die Stufe so, wenn ihr so mächtig werdet? Das hat noch einen ganz speziellen Grund. Und zwar seht ihr unten die mächtigen Basalen und Basalen. Wenn ihr Glück habt und relativ schnell ein Reich gründet oder irgendwie eng verbundene Basalen, dann ist das gar nicht so krass. Ihr werdet natürlich immer in den Stufen steigen von den erwarteten Legitimitäten. Aber es geht vor allen Dingen darum, wie mächtig sind eure Basalen. Wie groß ist deren Legitimität? Und danach orientiert sich, was eure minimale erwartete Legitimität ist. Und danach orientiert sich auch, ob ihr überhaupt noch eine Chance habt, irgendwelche gute Boni abzugreifen. Oder eben wie hier zum Beispiel, nicht mehr wirklich viele. Das zeige ich euch aber ja auch sofort. Nur, dass wir es nochmal ergänzt haben, bevor ich das nachher vergessen habe. Sieht immer an eure Basalen. Es kann auch sein, dass ihr eine niedrigere Erwartung habt. Ist allerdings fast nicht kontrollierbar in meinen Augen. Wir können zum Beispiel sehen, unser Kaiser hier ist gerade auf der vierten von fünf möglichen Stufen und hat nur eine kurze Herrschaftsdauer minus 10%. Denkt eben nochmal an die Sache. Da war die kurze Herrschaftsdauer schon fast vorbei auf der vierten Stufe. Wir hatten massiv viele Vorteile. Wenn wir jetzt zurückgucken, sehen wir, dass die Nullte, die Erste, die Zweite und die Dritte alle negative Dinge haben und wir brauchen für die dritte Stufe schon 840 Legitimität. Heißt, wenn ihr, was ich euch gleich zeigen werde, massiv viel verliert und wir das verliert, dann habt ihr tatsächlich ein gigantisches Problem schon sehr früh. Und ihr braucht, um einen positiven, also neben minus 10% Kurs der Herrschaftsdauer, positiven Effekt zu haben, braucht ihr einen vorbestimmt Legitimitätsstufe von 2100 Legitimität. Und dann bekommt ihr ein bisschen was an Boni. Ihr seht, das geht auch dann nicht mehr weiter. Danach ist eigentlich auch Ende im Gelände, denn das Maximum ist 2400. Die fünfte Stufe gibt euch nur das. Das heißt, je höher ihr im Rang steigt, desto weniger bringt ihr euch auch die Legitimität mit was und desto mehr müsst ihr arbeiten, um überhaupt auf Null rauszukommen. Neben dem Rang ist dann auch noch wichtig, in welcher Epoche ihr euch befindet. Je nachdem, welche Epoche ihr habt, desto mehr braucht ihr wieder an Legitimität und müsst wieder mehr sammeln, um eben gewisse Trades zu erhalten. Wird hier nicht mehr wirklich abgebildet, in meinen Augen. Findet man nur in der Wikipedia, dass eben im Hochmittelalter die Legitimität nochmal anders ist. Deswegen haben wir hier nicht die 1700 stehen, sondern 2400. 1700 wäre beim Kaiser der Wert, wenn wir noch in der Stammes-Epoche wären. Also, wie verliere ich die ganze Legitimität? Schauen wir uns einfach mal ein klassisches Beispiel an, was man immer sehr gerne genutzt hat, was sie ganz offensichtlich, also Paradox ganz offensichtlich, auch nicht mehr in diesen exzessiven Weise gesehen haben will. Denn wenn wir unseren Herrscher einfach verheiraten wollen, dann haben wir eine Option hier. Und sagen wir mal, die beste Person wäre jetzt hier diese Isode, wie sie heißt. Und diese Isode, die würden wir jetzt heiraten wollen. Dann seht ihr aber schon, diese Frau hat kein Haus. Das heißt, die ist von niedriger Geburt. Und ihr seht, wir verlieren dadurch 200 Legitimität. Wir sind gerade ein Graf. Das heißt, dieses Verlieren von Legitimität wird natürlich höher, je höher euer Rang ist. Und 200 bedeutete, nachdem wir eben ja geschaut haben, tatsächlich insgesamt fast ein Drittel, was wir verlieren würden. Wir wären also hier sofort wieder auf Null. Hätten also so gut wie keine Möglichkeit, außer wir pfeifen da drauf, in irgendeiner Form diese Legitimität aufrecht zu erhalten, wenn wir irgendeine niedrige Geburt heiraten würden. Vielleicht, weil sie eben zum Beispiel kerngesund ist. Herkules, also Amazone, Genie oder sonst irgendetwas. Was das große Problem dabei eben ist, dann können wir solche Hochzeiten nicht mehr durchführen. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Denn wir können noch viel mehr Dinge falsch machen. Denn wenn wir ein Kind zum Beispiel enterben, was ich ja sehr gern tue, ich weiß, viele von euch sind immer skeptisch, ich bleibe dabei, ist super, verlieren wir Legitimität. Wenn irgendein Scheme, also irgendein Ränkespiel von uns entdeckt wird, verlieren wir Legitimität. Machen wir irgendwas Tyrannisches, verlieren wir Legitimität. Wenn wir irgendwelche Fraktionen ihre Bedingungen erfüllen, verlieren wir Legitimität. Wenn wir exkommunizieren, verlieren wir Legitimität. Wenn bei uns Seuchen anfangen, verlieren wir Legitimität. Wenn wir Kriege verlieren, verlieren wir Legitimität. Vor allem, wenn es Bürgerkriege sind. Das heißt, wir haben extrem viele Dinge, die uns eben einen sehr negativen Malus dazu geben. Dazu kommt auch noch sowas wie Titel verlieren. Was eben auch mal sein kann, wenn man eben gerade vielleicht einen schlechten Krieg hatte oder sowas. Das heißt, man wird dann doppelt bestraft. Und dadurch ist es natürlich so, dass die Legitimität eine gute Maßgabe ist, natürlich schon, wenn man drin ist. Aber eben auch etwas ist, wo man immer sehr darauf achten muss. Hat man da vielleicht einen falschen Klick, kann es passieren, dass man tatsächlich seine Legitimität komplett zerstört. Und den wichtigsten Punkt habe ich vergessen. Dann können wir wieder in unser Kush-Playthrough, kommt bei Twitch vorbei, könnt ihr euch gerne mal ansehen, wie man in 230 Jahren halt Afrika erobernt. Oder abonniert und lasst direkt ein Like da. Dann könnt ihr auch mal sehen, wenn ich noch irgendwas raushaue. Irgendwas vielleicht für euch auch sehr spannend sein könnte. Wenn wir nämlich hier jetzt mal reingehen und zum Beispiel jetzt Richtung Nubien gehen, unseren Vasallen-Titel aberkennen wollen, dann sehen wir, verlieren wir auch 100 Legitimität. Das ist immer 100 tatsächlich. Das wird nicht anders. Wenn wir jetzt einen Grund hätten, würde das natürlich nicht so sein. Genauso ist das eben, wenn ich jemanden einkerkern würde und dass ich einen Grund dafür habe, dann haben wir wieder 20 Legitimität verloren. Und solche Aktionen halt im Allgemeinen sind halt fast überall vorhanden. Ich denke mal, das Wichtigste ist eben dabei, dass man die Legitimität verliert, wenn man Titel aberkennen. Und das ist halt, wenn man das Spiel schon einigermaßen spielt und auch Titel vielleicht mal weggeben musste, die man jetzt wiederhaben will, dann kostet das mittlerweile die Legitimität. Das ist also nicht nur das Enterben von den Kindern, sondern auch, wenn die Kinder dann ohne eure Zukunft einfach erben und ihr die Titel wieder zurückhaben wollt ohne Krieg, dann würdet ihr hier auch Legitimität verlieren. Selbst so einen Krieg erklären gegen eben ein eigenes Kind oder das Einkerkern, werde eben auch die Legitimität senken. Jetzt nochmal den Rant beiseite. Müssen wir einfach mal ganz klar sagen, es ergibt natürlich irgendwo Sinn. Und wir haben eben bei Legitimität auch eine gewisse Erwartung, gerade an großen Herrschern wie Kaisern, dass wir eben natürlich eine Erwartung zu erfüllen haben, hier eben Stufe 4. Und erst, wenn diese Erwartungen erfüllt sind, überhaupt einigermaßen positiv angesehen werden von unseren Vasallen. Und man wollte natürlich bei Paradox ganz klar darauf hinaus, diese Strategien, die ich hier auch geliebt habe und immer weiter verbreite, natürlich auch so ein bisschen schwächer zu machen. Das heißt, man muss sich überlegen, kann ich akzeptieren, Legitimität auszugeben, um eben tatsächlich diesen Kind zu enterben, diesen Titel abzunehmen. Kann ich mir das leisten? Kann ich mit den Konsequenzen leben oder eben nicht? Und gerade je mächtiger ich werde, desto mehr wird mich das halt beschneiden. Das hat ja schon irgendwo Sinn. Deswegen nicht ganz so falsch verstehen. Die Ressource ist trotzdem schwierig zu handeln, gerade wenn man nichts weiß, was es ist, weil ich auch nicht ganz transportiert bekomme, wo man das verliert und da nicht ganz drauf achtet. Und deswegen bin ich ja hier, um euch das nochmal zu sagen, nur an sich finde ich die Ressource, wenn man gut damit umgehen kann, okay designt. Aber, und jetzt kommen wir jetzt zum Ding, wie kriege ich denn eigentlich die Legitimität? Ist manchmal davon abhängig, was für DLC ich habe und wie weit ich mich da auch aus dem Fenster lehnen kann. Denn wie bekomme ich Legitimität? Ja, ohne DLC, Leute, seid ihr eigentlich ein bisschen dran. Das muss man einfach ganz klar sagen. Finde ich auch wieder sehr gemein designt. Deswegen kann man die, obwohl ich sie gerade noch verteidigt habe, jetzt doch wieder ein bisschen dissen. Denn diese Ressource ist sehr schwer zu erhalten, wenn ihr nicht gerade Touristen Tournaments habt, wenn ihr nicht gerade den Legends of the Dead DLC habt. Und selbst dann finde ich es noch immer ein bisschen, naja, schwierig. Ich würde euch jetzt gerne eine gute erklärte Tooltip zeigen, wie genau die Legitimität vorhanden ist, wenn ich jetzt einen neuen Charakter starte oder mein Herrschall stirbt und ich dann Nachfolge habe. Es ist aber leider nicht wirklich vorhanden. Zumindest sehe ich es nicht. Kann es euch einfach nur mal vortragen. Wir haben nämlich verschiedene Dinge, die das eben beeinflussen. Hauptsächlich wird es beeinflusst durch sein Splendor Level. Das heißt, diese Bekanntheit, also wie hoch eure Pachtstufe ist, dann wie gut euer Ruf komischerweise war, wenn wir eben DLC Royal Court haben. Da fängt es schon an. Und wenn man einen hohen Diplomatie Skill hat oder wenn man gerecht Diplomat oder wenn man besondere Fähigkeiten hat, wie eben Popo geboren oder den Said Trade. Auch viel wichtiger ist natürlich, wie erhöhe ich eigentlich die Legitimität. Ihr könnt ja, wie ich es eben erklärt hatte, über Kriege verlieren, Legitimität verlieren. Wenn der Kriege gewinnt, kriegt ihr natürlich auch Legitimität. Da kriegt ihr aber eigentlich nur wirklich was, wenn ihr höhere Ränge besiegt. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, auch ohne DLC eine Jagd zu machen oder eine Pilgerreise oder eigentlich auch ein Fest, wobei das hier nicht mehr angegeben ist, ob da wirklich immer Legitimität dabei ist. Da kann ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber auf jeden Fall steht es hier ja schon mal dran, Jagd und Pilgerreise. Also die normalen Sachen, die man halt unternehmen kann, sollten eben auch Legitimität bringen. Aber so richtig dick viel Legitimität bekommt ihr halt davon, wenn ihr Beisitzungen macht. Und da ist es auch manchmal mit Prozenten wieder Glücksspiel. Welche Werte hat euer Charakter? Wie viel könnt ihr da rausziehen? Das sind jetzt auch nicht 200, 300 Legitimität, die ihr da bekommt. Aber damit sich diese Beisitzungen, also irgendjemanden von euren Charakteren, die gestorben sind, Trauerfeier veranstalten, da kriegt ihr schon mal, wenn ihr Glück habt, so 100 Legitimität heraus. Und dann gibt es noch die Prachthochzeiten, Prachtturniere und Prachtreisen. Prachthochzeiten werden auch wieder nicht angegeben. Vor allem sind dann die Prachtturniere und die Prachtreisen zu beachten. Da kriegt ihr immer einen Flat, einen Legitimitätsbonus. Der wird auch nicht in irgendeiner Form kommuniziert. Es sind jetzt auch keine 2000 dabei, aber ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, so 100 Legitimität, je nachdem wie erfolgreich eben eure Prachtreise war, wie erfolgreich euer Prachtturnier war, zu erhalten. Ja, und warum ist Legends of the Dead noch so wertvoll? Neben den Beisitzungen. Ihr habt natürlich auch noch diese Legenden. Das heißt, wenn ihr Legitimität machen wollt, also habe ich am Anfang, weil ich Ressourcen nicht so gekannt habe, sowieso die ganze Zeit gemacht. Und ich würde es euch auch immer empfehlen. Konstantin Schweinegeld, empfehle ich euch da schon mal generell, macht bitte die Kosten für die Legenden auf niedrig. Denn auch niedrig ist extrem hoch. Das sind extrem übertriebene Kosten in meinen Augen. Das heißt, ihr könnt dann ein bisschen was sparen. Das ist auch nochmal Ironman-freundlich. Von daher tut euch da den Gefallen und seid so frei. Und wenn ihr diese Legenden beendet, dann kriegt ihr halt verschiedene Legitimitäten. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf abgeschlossen gehen würde, würde ich 114 kriegen. Warum so eine krumme Summe? Kommen wir sofort zu. An sich würde ich 100 bei der ersten Stufe bekommen, 200 bei der zweiten und 300 bei der dritten. Und das Ganze wird dann aber noch ein bisschen verändert. Dadurch, dass ihr tatsächlich bei diesen verschiedenen Arten von Legenden verschiedene Werte bekommt. Also die heiligen und die heldenhaften Legenden sind immer bei 100 Legitimität, 200, 300. Und diese besonderen, sage ich mal, Dynastie-Legenden, nenne ich sie jetzt einfach mal, kommt ihr bei 200, 400 oder 600 aus. Was euch eben helfen kann, diese Legitimität wieder aufzubauen. Wenn ihr also einen recht guten Hofpronisten habt, die Legende recht gut verbreiten könntet und dann Cash einfach dafür habt, und das ist auch ein großer Punkt bei Legitimität, dann könnt ihr die Legitimität relativ gut erhöhen. Außerdem habt ihr eben gesehen, ich habe eine sehr krumme Summe, das heißt, eure Legitimität könnt ihr auch noch durch gewisse Gebäude erhöhen. Und zwar finden wir da die sogenannten Skriptorien in den Tempelbesitztümern. Und ihr wisst ja eh, Tempelbesitztümer liebe ich ja sowieso. Da seht ihr erstmal, Legendenverbreitungswahrscheinlichkeit ist höher. Nochmal, dafür braucht ihr aber halt den DLC. Und Legitimitätszuwachs ist 4%. Ihr habt keinen passiven Legitimitätszuwachs. Gar nichts. Nicht einmal 1 oder 2 pro Monat. Ihr könnt das nicht erhöhen. Das heißt, was ihr erhöht, sind die Werte, die wir eben gesehen haben. Statt 100 kriege ich 114. Yay! Ich habe also 14% irgendwo erhöht und dadurch kriege ich mehr Legitimität, als die Legende eigentlich auf Stufe 1 gegeben hätte. Und dafür sind diese Schreibhäuser, also Skriptorien, da, um eben da den Bonus zu geben. Ihr könnt natürlich auch noch gewisse Traits auf euren Charakter haben. So besondere Heiligen Traits und sonst irgendwas. Ihr könnt aber auch Traits haben, die es schlechter machen wie Bastard, zweifelhafte Herkunft, inzüchtig. Die Sachen benedigen diese prozentuale Zuwachs. Neben den Skriptorien können es auch Legendengebäude sein, die hier abkommen, wenn ihr halt Legenden abgeschlossen habt und wieder das DLC habt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel den Legendenpalast bauen, der euch wieder auf 5% Legitimitätszuwachs gibt. Oder besondere Hartzugszübäude, also Fürstengebäude, wie Begräbnisstätten, die euch sogar mehr Legenden verbreiten, Chance von 20% geben und 10% Legitimitätszuwachs. Da kann ich natürlich nur sagen, würde ich niemals machen, weil ihr wollt halt andere Dinge darin bauen. Aber diese eben und ein paar andere noch, die ihr durch verschiedene Einstellungen bekommen könnt, geben euch auch Legitimität dazu. Habe ich jetzt hier nicht freigeschaltet, aber zum Beispiel als Grundsatz, wenn ihr hier unten Stadt-Einäschung Himmelsbestattung habt, könnt ihr den Turm des Schweigens bauen. Der müsste euch auch die Legitimität erhöhen. Wie gesagt, würde ich aber niemals machen, weil ihr wollt lieber Militär buffen oder vielleicht sogar Entwicklung buffen mit euren Fürstengebäuden. Und das ist tatsächlich eigentlich schon alles zur Legitimität, was mir jetzt zumindest so bewusst einfällt. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Hilft sowieso in den Algorithmus, also macht es auf jeden Fall. Denn ich meine, dass es wirklich alles ist, wie wir es machen können. Wie gesagt, kein passives Einkommen. Diese Ressource ist wirklich schwer zu managen, gerade für Anfänger, weil sie auch sehr intransparent in meinen Augen dargestellt wird. Wie gesagt, man müsste halt viel mehr sehen können, was, wo, wie ich das bekomme. Auch ohne, dass jetzt jemand wie ich ein Video macht. Andererseits, Dankeschön, dann kann ich euch deswegen es zeigen. Ihr könnt es klicken und habt vielleicht dann was gelernt und wir sind alle glücklich darüber. Von daher passt es natürlich an sich. Es ist aber wirklich eine okay-designte Ressource, die aber eben durch diese ganzen, ja schon fast subtilen DLC-Zwang mit einem sehr krassen Beigeschmack zu sehen ist und die man halt wirklich auch sehr intensiv noch managen muss. Man hat ja eigentlich schon genug Ressourcen. Ich finde es trotzdem, wenn man einmal drin ist, okay. Aber wie gesagt, dass man gezwungen wird, so viele DLC zu haben, finde ich ungut. Wenn ihr sonst noch weitere Tutorials braucht, wie gesagt, schaut einfach mal in die Liste. Kommt gerne bei Twitch vorbei und lasst gerne einen Daumen da, vor allem, wenn es euch gefallen hat, aber auch einfach ganz ehrlich, wenn ihr mich supporten wollt. Oder schaut mal hier in diese Videos rein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein.